Hello everybody to the Stand, the dinge of the Montag, the 18th April of the year 2011 Um 12.12 Uhr, haha, wie lustig Ja, es geht darum, gestern Sonntag habe ich nicht gepostet, weil ich a. hatte gerade kein Video mehr gerendet und b. ich war viel zu spät wieder zu Hause Heute mache ich dann auch nochmal ein paar Videos, dass ich dann morgen, Dienstag, wenn ich wieder posten soll mache ich dann doppelt so viel Ne, ganz chillax, bla, da kommt noch was Ja, ich habe aber vor, in den Ferien jetzt ein neues kleines Indie-Projekt aufzunehmen und das dann zu posten Also LOL ist dann auch erstmal nicht, aber jetzt kommen Montag dann erstmal noch zwei andere Videos und dann kommt das neue Projekt dann die nächsten Tage Ich wollte euch nur darüber informieren Hey, wozu ist denn Stand, die dinge sonst gut? Und äh, jo LOL ist immer LOLig Es liegt so dran, ob gerade was tolles ist oder nicht was tolles und so weiter und so fort und fasel, fasel, fasel und fusel, fusel, fusel Ich möchte euch nicht verabschieden, wie ich dir auch noch etwas dass ich mich nicht verabschiede nur noch etwas